Vielen Dank fürs Dranbleiben. Diese YouTube-Serie war ein guter Start für dein Präventionstraining als Läufer. Für mehr hol dir jetzt die Exact Health Center. Mit ihr bekommst du einen komplett auf dich abgestimmten Trainingsplan, der dich über mehrere Monate begleitet. Du kannst die App im Google Play und App Store downloaden. Und wenn du gerade verletzt bist, bieten wir in der App auch Rehabilitationspläne an. Wenn du zum Beispiel Plantaphizitis hast, das Läufernie oder das Schienbeinkanten-Syndrom. Und jetzt viel Spaß beim Training und lass uns gerne wissen, wie es dir ergeht.